Noch ein Angriff? Du willst doch deine Station vor dem Untergang bewahren, Artyom. Und hier steht der Untergang bereits vor der Tür. Wir müssen helfen. Finde die Überreste des Sprengtrupps, bring ihre Bombe so weit in den linken Tunnel wie du kannst und dann lauf. Die Explosion wird heftig. Die Kreuzung ist schon einmal begraben worden, aber anscheinend haben die Nusalys sich durchgegraben. In der Nähe war eine Luftschleuse, die ist wohl offen geblieben. Schließe sie oder bring sie zum Einsturz. Ich bleibe hier bei den Überlebenden. Versuche die Monster zu uns zu lockern, wenn es zu viele sind. Okay, anscheinend bin ich immer der Bimbo, der alles machen soll. Uh, lecker. Boah, das ist irgendwie etwas... Unheimlich. So muss ich hin. Okay. Ich lauf einfach mal hier durch. Ich glaube, das war der linke Tunnel. Ja, genau. Aua. Okay. Okay. Das war... Gasmaske. Hier ist nichts mehr. Obwohl... Nachladen. Komm. Haben wir hier irgendwo was, was... Vielleicht... Au, 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 au. Okay, das Ding ist zu. Schön. Jetzt müssen wir... Auf die andere Seite. Ich glaube, hier kann ich die Gasmaske... Ach, wieder abnehmen. Boah. Stirb doch einfach. Was hast du denn so dabei? Auf jeden Fall haben wir ein paar Thronen, was sehr schön ist. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier hin. Hier hin. Wie viel habe ich denn noch? Da? Okay, keine gute Idee. Keine gute Idee. Äh, ey, 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 ey. Okay. Nochmal von vorne. Wo waren wir? Hier, ach da. Hier war der Tunnel. Gut. Jetzt würde wir können die Gasmaske abnehmen. Wir erschrecken uns jetzt nicht, weil plötzlich eins hier hinter vorkommt. Und wir wissen jetzt diesmal auch, wo E ist. Oh, die sollte man vielleicht nicht berühren. Obwohl... 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 Da unten... Sind... Sachen... So... Genau hinter mir... Hier müsste irgendwo diese Bombe sein. Da, E... Da, E... E... Weiß... Gut... 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 Lauf weiter und sei leise... Ganz leise Verdammt nochmal Ja, danach Komm schon Schön Gut gemacht So, was müssen wir hier machen? Na? Können wir irgendwo den Sprengsatz befestigen? Ah Äh, ja Weg hier, weg hier, weg hier, weg Gut Und lauf zurück Ah, bitte schnell Boah, ich dachte, ich hätte da schon was gesehen Nein, ich möchte, ich möchte eigentlich mal Licht anmachen Ein großer Sieg an einer kleinen Station Ich werde nicht mehr mit dir gehen Ich werde hier gebraucht Die Tunnels sind angestürzt Wenn du zur Police willst, musst du eine Umleitung nehmen Von hier aus kommst du zur Waffenkammer Und danach musst du durch Stationen der Roten und der Faschisten Gehen wir Hä? Hä? Ach da Ach Sehr gut zu wissen Das sind beide die gleichen Oh Ich fürchte, das sind die Totengräber Selbst in diesen Zeiten können wir nicht die Dinge aufgeben, die uns menschlich machen Ja, das kann man gut verstehen Ich glaube sogar, dass man es in dieser Zeit noch mehr braucht Oder man missbraucht es als Waffenkammer Das tut es doch immer Die Waffenkammer Die Waffenkammer Ich kann mich auf jeden Fall nicht bewegen Hier sieht es schön radioaktiv aus Wahrscheinlich ist das Wasser Da Da heiß Ja Das Wasser war heiß Das kann ich aber auch nicht mehr zurück Aber hey Ich habe ja hier Was ist jetzt diese Militär Ich glaube das war diese 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 Fünf Fünf Siebenf Diese silberne Sache Davon habe ich ja jetzt schon einiges Muss ich sagen Ist das Ding radioaktiv? Ja Nicht dahin gehen Und ich habe sogar drei Medipacks Also ich bin relativ gut ausgerüstet im Moment Halt Wer ist da Nicht bewegen Hey Ich bin relativ gut ausgerüstet im Moment Ich bin relativ gut ausgerüstet im Moment Ich bin relativ gut ausgerüstet im Moment